Liebe Schwestern und Brüder, wir leben in beunruhigenden Zeiten. Das, was sonst für uns selbstverständlich ist, dass wir Gottesdienst feiern miteinander, dass wir uns begegnen in Kreisen und Gruppen ist zurzeit nicht möglich. Einige Pfarrerinnen und Pfarrer aus Österreich haben sich gemeinsam mit mir Gedanken gemacht, wie wir bei ihnen sein können, wie wir ihnen und uns gegenseitig Halt geben können. Deshalb werden wir jeden Tag um 12 Uhr ein Mittagsgebet aus einer evangelischen Kirche in Österreich übertragen, hier auf diesem Kanal. Seien Sie dabei, wenn Sie das hier sehen, wissen Sie ja schon, wo Sie uns finden können. Alles Gute, Gott befohlen.